ja hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu dinkum zusammen mit dem schauflerseucher total durch den wind vergisst das folgende ende vermutlich hast du dich zu sehr aufgeregt als ich gesagt habe wir haben das erste eisenerz nein eisen brauchst du ja auch fünf und eisen ist sehr wertvoll also bevor wir daraus werkzeuge machen mag man lieber was anderes aus speeren zum beispiel langweiler wo ich so ein werkzeug kaputt machen muss ich ganz viel schaufeln das könnte ja klappen ich habe etwas gefunden oder wie du sie vermutlich erkennt klapper klapper lief kenne ich ja nur durch die autobahn du hast eindeutig zu viel äh jetzt sind die bilder gespielt was nimmst du mir an insekten ab ich glaube jetzt habe ich ein doppelt ausgewählt ja nehmen sie ich gebe mir das doppelt zurück nein vier stück also 400 ich könnte eine kamera kaufen aber es kostet glaube ich ja mir fehlen bis 64.000 könnten wir das geld aus der spendenkasse zurücknehmen da musst du aber fletsch fragen bin ich mal gespannt wie viel du dafür kriegst ein ember chunk 2,1 kilo 32.000 endlich mal ein bisschen geld gemacht zum beispiel eine maschinenanleitung also sagt mir was man in welche maschine reinpacken kann brauche ich es nicht unbedingt ein haus customization kit wie viel kostet das 25.000 brauchen wir glaube ich gerade nicht oder aber ich war nicht jetzt und ich glaube Exc sleeping hoffe er da vielleicht kommt mir wieder nummer ab jetzt nehmen mich beim beschlagen was für die licens mal gucken einigen haben ja so bist du kommst du ehrlich an die licens ran ja genau ich kann endlich mal ja ich war lieber noch und das gibt wirklich schöne nicht metal detektor hat erst mal und dann spare ich was hast du für lizenzen für mich 2.000 restere werkzeuge hätte ich gern was muss ich denn eigentlich machen 3000 dinkumzeuge spenden okay das ist okay das hat mal eben 2000 gekostet was hast du geholt du erinnerst dich an die kreuze auf boden ja metal detecting stufe 2 man kann einige vorkommen auch mit sicht alleine finden okay dann das wird vermutlich dann sein würde mich wunder wenn sie das über die version hinweg ein bisschen verändert haben das kann gut sein dass sie das verändert haben und so frucht beim haben immer noch nichts neues noch machen hier käfer verkaufen da will ich mir so meine ziele angucke paar früchte vergraben okay aber ein werkzeug kaputt machen und vermutlich nägel oder so herstellen den 1 2 items kraften die felix ein aha das ist so ein kreuz und das erspart mir den metalldetektor an den stellen sehr sehr viele anstrengenden sachen angespült worden alt hat das denn das der will auch hier oben naja komm mal runter ich komme ja dann klungen ach wo ist er dann kommt er jetzt wieder nicht hinterher hallo ich einmal anhauen da wo er bei mir mal kommt ist hinten in der nähe bevor unser bäumen ja ja da muss irgendwo ein spawn sein da ist das die Phillips ist vorne und da kommt mal runter hier ja 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 kommt mal runter hier ja 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 einfach mal 3,6 und meine kiel auch noch so ein board mal zahlen dass der will kommt schon nicht schlafen hier lang wenn ich höchsten ich würde nicht diese exe anzünden da hat da hast du wahrscheinlich ihren problem geld investiert eigentlich wollte ich nach fruchtbäumen suchen dann finde ich so schön ember schad hallo koko ja komm mit koko du darfst auch in die kiste na komm was du soll es in kisten schmeißt ja zwar dass der will ein koko das gibt geld und dann soll ich die schulden bezahlen von der stadt du hast doch jetzt gerade diese ember fahrt gefunden ja dann nachdem ich wertvolle punkte investiert habe noch ein vorkommen aber koki ich setze mich gefahren dafür aus du nicht mit das denkst du was glaubst was hier in der wildnis hauptsache guckst du guckst du nicht wahrscheinlich schon jetzt musst du es gesagt hast hier laufen dingos rum und glassteine und kaktien das ist sehr gefährlich hier auch da ist eine feder gefunden ich finde das altes blech ich muss jetzt steine finden steine liegen doch überall rum ja aber die muss man klopfen ja wo ist das problem es kostet ausdauer guter hinweis mal mit und stick essen aber vermutlich ignorierst du eh die essenskiste ich habe noch fünf früchte übrig oh da ist 10 uhr rausgefallen obwohl es kein offizielles vorkommen war ja wahrscheinlich ein lucky feind haben jetzt habe ich gleich wieder sieben weiter steigen zupfen hallo strand ich sollte meine stadt gehen mal gucken wer da überhaupt ist klapper ja für die muss man jetzt dann aufgaben machen weil sonst bleibt die nicht hier meint ich hätte zwei sachen kaufen sollen ja kleidungsstücke nein du sollst ihre aufgaben erledigen du kannst ja auswählen was kann ich für dich tun konnte ich das ich ein sehr anschaue ja und hier haben doch keine schuhe ich glaube ich nehme dir der aussieht ich sehe die buch muss ich da unbedingt mal umdrehen sonst die zu wenn ich ankomme ich nehme auch grüne auch wenn ja ich eher zu dir passen endlich schuhe das habe ich kopfhörer auf ja gut eigentlich eher ohrenwärmer vor der top hat so eine fliege dabei nö fragt man fragt man die heute der habe ich den fliegel gegeben ja gibt es mir wahrscheinlich zurück dass man die bälle zu stehen glaubt da ist einer jetzt muss ich fragen wie ich sie die geben soll das ist die nächste weil in der truhe kann man die fücher nicht stecken ja ich glaube du kannst dich auf den boden stellen aber ich habe ja ich muss also fünf vögel ausweichen ach so die die schwarzen die großen kann ich was neues pflanzen gucken was wir schon alles na komm einmal noch so so klappt mir die grüne schuhe karki shorts tatsächlich auf das gelbe schuhe eigentlich eher was für dich wären und die grünen für dich die muss man dann danach tauschen die hat hier aber ein schönes blaues kleid ja was soll ich damit er guckt flag äh ne ich weiß nicht mehr was das ist außer dass es irgendein Essen ist ich habe eine fliege gefunden da was zum verkaufen flieger auch hier haben wir gegeben 3800 für eine fliege ja ok ich habe noch mehr ja John gibt dafür muss 72 Rechheit I have an animation das und das ja das war jetzt auch so wie ich ihn bringen kann aber wir können noch mal das Museum machen können wir mal schon mal einen kleinen Rundgang machen auch wenn wir alles noch leer ist ja ich bin Kulturbanause naja hier fliegt doch schon einiges rum da ist Firefly äh Firefly was ist das hier ist das die Fliege ne das ist auch eine Libelle ja ich habe auch eine gefunden gehabt und da sind die ok das war schon und hier ah ja oh da ist so ein großer Fisch was ist das hier ist Exhibit Eld Catfish ah ja da ist noch nichts drin das ist die Meereverteilung das sind auch schon Fischchen das sind auch schon Fischchen die wir normalerweise essen es ist ja es ist zwar klein aber fein ja solche Museen mag ich durch das habe ich ausgesauft äh was dieses gelbe Buch was bei ihnen da drin ist nö bei wem beim John nö auf dem Griesen gibt es ein gelbes Buch ja ich weiß du hast du 15.000 damit kannst du an eine Maschine hingehen und dieses Buch sagt dir was du an der Maschine alles bauen kannst du da machen kannst ja was ich alles reinschmeißen kann richtig das ist manchmal kann ich so einfach dafür hab ich doch dich naja ich brauch das Buch naja ich sag's doch dafür hab ich dich wie viel Geld hab ich denn eigentlich 15.000 noch hast du eigentlich hast du eigentlich fertig tonnated ja ah gut hab bloß noch 50.000 jetzt ach nur noch was mach ich mit Termiten jetzt dann keine Ahnung das ist das falsche da muss ich rein ja das ist die Kiste die glaub ich ignorierst wo ich die extra Sachen weinen ich ignorier's nicht ich hab mir bloß schon so viel abgenommen dass ich für ein paar Tage damit klarkomme was wollte ich damit stellen nein das nicht davon nichts was ist da ähm own check ähm 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 okay das ist ja auch gut ähm Mann ich hab mir irgendwo angeklimmt warum machst du sowas tut doch weh ja mit der Brustkasten weh wenn ich schnaufe dann schnaufe nicht ja ist schwer ich fand es so angewohnt weißt du ja Gewohnheit und so weiter ja das Teil das Teil das Teil das Teil das Teil war war hat hat war hat war China macht hier Ordnung Ja, natürlich, einer muss ja Das ist deine Lieblingsbeschäftigung, glaube ich Ich werde sonst bloß Kürroth weiß nicht, was wo ist Ich habe noch ein paar 1, 2, 3, 4, 2 und ich hätte gerne 4 Ich könnte euch mal ein bisschen mehr tun Erstmal so So, drei Früchte vergraben Jetzt muss ich bloß mein Werkzeug kaputt machen Das kriegt auch immer so Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege Weil es könnte klappen Was dein Werkzeug kaputt machen Ja, irgendeins Oder ob du es übers Herz bringst Das mache ich gnadenlos Ich könnte mich jetzt ohne Sinn und Verstand irgendwo hinstellen Und schaufeln, 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 schaufeln Immer wieder auf der gleichen Stelle Aber es bringt ja irgendwie nix Willst du auch noch einen Ohrenhut? Einen Ohrenhut? Nee Nicht? Einen Ohrenhut? Ja, sowas wie ich habe Ach, du meinst Headphones Nee, nee Ja, ist ein Ohrenhut Oh, wir haben es zumindest so genannt Ja, das wird dann So eine schöne große Dorfbüche Wo ich ein bisschen basteln kann John, warum hast du noch zu? Oder schon zu? Was, langsam? Ich habe schon gesehen, als ich gemerkt habe Okay, wenn es mit der Spitzhacke klappt Ist es vielleicht ein bisschen spät Geht mit 6 Uhr 16 Der macht um 6 Uhr zu Oh Ich könnte eigentlich hier das Zeug noch reintun Aber ich glaube, das gehört hier nicht mehr rein Das muss ich hier reintun Ja Warte mal, du kriegst alle hast du wo? Ich habe noch nicht irgendwo anders reinsortiert Okay So, die müssen ja nicht einmal gekocht sein, die Fleischstücken Knapp zu nehmen Knapp zu nehmen Wir denken ja Topisch So, die müssen ja nicht mehr rein So Das ist schon So Ah, ja, das war einfach. was habe ich jetzt geschafft wir haben auch nicht so tief glaubst du sonst wird der ballrock aufbrauchen große bruder von den das der wird der wird eingefangen weggeschickt ich lauf davon als köder und du schlägst ich von hinten an und schickst ihm wozu brauchen wir die alten schlüssel die brauchen wir dann später auch unbedingt aufgewahren um was aufzuschließen aber nicht hier was buddelt er ich mache hier einfach alles gerade du versuchst alles ja mit was ja mit deinem stil wenn wir einen tunnel bauen könnten dann hätte ich da einen tunnel gebaut das geht leider nicht und so einen hässlichen berg kann man da nicht stehen lassen ich habe für dich eine fehler gefunden der vorbesitzer will sie auch nicht zurück bist du das sicher hast du ihn überhaupt gefragt bevor die sieben ausreißt ich habe ihn dreimal gefragt und hast du ihn trotzdem ausgerissen der dach hat sich schlafen gelegt und ich würde mir ein bein hat er auch noch da gelassen hast du jetzt eigentlich schon sowas gebracht nicht oder was hat er dir keine aufgabe gegeben sie wollte ein kopf leg kam was ist das ja und daran die irgendwas am kochtisch wofür wir die zutaten ich haben das kann gut sein weil bisher können wir nur zwei sachen herstellen für das eine fehlt uns das entsprechende obst der obst salat und halt das fleisch am spieß haben wir nicht mal das rezept am kochtisch dafür also vielleicht irgendwas am lagerfeuer er hast du so ein gelbes buch gekauft nein wozu hab ich dich ich habe kein geld warum sieht das wieder anders aus wenn die die tiere zurückkomm du hast sicher noch geld das was da oben steht sind 50,426 also mit 50 kann ich mir sowas bestimmt nicht leisten doch glaube ich gerade noch das kostet irgendwas 15.000 nicht 50 jetzt kostet 15,000 jetzt komme ich mit meiner logik okay jägerlevel 1 fast geschafft also dann vielen dank fürs zuschauen ich hoffe ihr habt ihr spaß dabei bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss